Das hätte ich gar nicht zu träumen gewagt, dass wir das hier heute so nehmen. Und was heißt das Auto im Falle des Kühlschracks? Der kann draußen gehen bleiben. Regenfest. Der ist Regenfest. Als Dank dafür, dass wir die Konsumenten sind. Ich bin nicht stolz. Vielen Dank, Spaß. Was meinst du? Ja, ich wollte es.